Schöne Grüße an meine Freunde des Fortnite-Shops heute am 10.04. und damit hier auch schon gleich ein neues Deadpool-Mesh-Ups-Paket dabei. Für 2000 V-Bucks erhältlich hier einmal Teil des Pakets Ravenpool, der Rabenskin sozusagen in Deadpool-Outfit, als auch hier der Kuschelpool, Kuschelagentin, ebenso in Deadpool-Variante. Beides logischerweise eben Teil des Deadpool-Sets, kostet hier 2000 V-Bucks. Weiterbei ein Abo auf meinem Kanal, wenn ihr mich kostenlos unterstützen wollt, kostet natürlich nichts. Und ich würde sagen, ich mache jetzt hier einfach noch mit dem Rest weiter, wollte ich schließlich auch noch sehen. Und zwar einmal hier beides einzeln erhältlich. Einmal der Ravenpool-Skin für 1500 V-Bucks und ebenso zum selben Preis der Kuschelpool-Skin, auch für 1500 V-Bucks. Und natürlich gibt es hier im Shop auch noch die ganzen anderen Shop-Klassiker, sage ich jetzt mal. Einmal hier für 1200 V-Bucks, Riley Teil des Strasengespenstersets. Als Backlink gibt es dann hier logischerweise dieses Gespensttisch, einmal diese Tasche. Und natürlich hier auch noch ein weiteres Item, eine passende Waffenlackierung, Wild-Ex für 300 V-Bucks. Schaut dann dementsprechend so aus. Und natürlich hier auch noch mit dabei der Chopper-Skin für 1200 V-Bucks aus Season 5, Teil des Biker-Brikadesets. Und als Backlink hier dieses Highway-Flare. Dann haben wir hier natürlich noch mit dabei die Pfadfinderin aus Season 1. Ein ziemlich alter Skin hier schon, also aus Season 1 halt, für 800 V-Bucks. Relativ günstig, aber ohne Backlink. Und hier sogar vier Emotes, einmal hier Glitter. Aus Season 9 für 500 V-Bucks ebenso. Ja, Krabbe-Emote, auch aus diesen neuen für 500 V-Bucks. Dann natürlich hier noch ein stilles Emote. Aus Season 8 einmal das Endlosrad. Und hier ebenso noch mit dabei der Hitzkopf-Emote. Für 200 V-Bucks. Und ja, ich hätte schon fast einen Hitzkopf bekommen, als plötzlich die ganzen Deadpool-Items hier nicht mehr drinnen waren. Jetzt sind sie wieder da. Also hier einmal das ganze Deadpool-Paket. Bestehend aus Drachenhorn. Dann hier flott unterwegs. Chimijanga, Mikrowellen-Emote. Und hier einmal noch die Fleischhämer-Spitzhacken. Hören sich das dann so an. Und natürlich könnt ihr das Ganze auch hier noch einzeln kaufen. Einmal hier für 1500 V-Bucks. Für 800 V-Bucks. Chimijanga für 300 V-Bucks. Also das Mikrowellen-Emote. Und hier einmal flott unterwegs. Roller-Emote für 500 V-Bucks. Ja, das war es schon mit dem heutigen Itemshop. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch gerne beim nächsten Video wieder einschaltet. Bis dahin, euer Bavarian Techie. Ciao, ciao. Bis dahin, euer Bavarian Techie. 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 Bis dahin, euer Bavarian Techie.